So, herzlich willkommen, äh, schon wieder falsch geguckt, herzlich willkommen zurück zu The Last of Us, ähm, Folge, äh, 11, 12, 13, 14, äh, Folge, mittlerweile ist es jetzt Folge 13 schon und, ähm, ja, wie ihr sicher lieben, merkt es, ist erstens die Soundqualität besser, zweitens, ähm, passt es auch zu meinen Lippenbewegungen, vielleicht nicht hundertprozentig, aber es sieht besser aus. Und, ja, ihr seht es an der Lichtstimmung auch, es ist wieder ein bisschen am Dämmern, es ist schon relativ spät und wir sind nicht an der Stelle, wo wir aufgehört haben, das liegt daran, weil das Spiel uns, äh, hier hingesetzt hat mit dem Speicherschein, wenn man selber speichert, passiert das halt nun mal, dass man dann halt hier an diesen Punkt gelangt und, das macht aber nichts, wir spielen dann trotzdem weiter an dieser Stelle und wir müssen ja immer noch hier diesen Bereich passieren mit den Gegnern, schauen mal, dass wir hier so schnell wie möglich dann durchkommen. Problem ist, ich hatte schon, diese Session, die jetzt läuft hier, die Folge 13, hatte ich schon aufgenommen, ähm, ich habe ein, eine neue Mikrofon, ähm, ja, Idee möchte ich es nicht nennen, aber ein, ähm, ähm, äh, ich habe mir hier so eine kleine Konstruktion gebastelt, die ich jetzt nicht in die Kamera halte, ähm, ja, die mir es ermöglicht, ähm, dass der Sound über der Webcam läuft von meiner Stimme und nicht über Spiel, also nicht über Playstation, weil, wie gesagt, ich hatte ein Delay drin, das habt ihr in den letzten Folgen gemerkt und ich werde es jetzt nicht neu aufnehmen, sondern ich werde jetzt, ähm, 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 ab der Folge dann das besser machen, Soundqualität mäßig muss es sogar viel, viel besser sein von, von der Stimme her, und, ja, wie gesagt, ich hatte das Ganze schon, und ich habe keine Käppi auf, also neue Aufnahmesession, so, und ich kann mich entsinnen, wir müssen, glaube ich, nach oben, 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 so. so ouch wo ist er denn ich hau ab hier, komm mit Ellie komm mit Ellie in eine Rauchbombe werfen, und dann hat es alles erledigt, und dann hat es alles erledigt so komm los 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 losе ganz schnell weg hier denn keine Lust another three soldiers died wants it going to take it up, wir werden immer noch verfolgt Ich hab gedacht, das wär's schon. Aber entscheidend noch nicht. Wir direkt spannend in der Folge 13 weiter. Oh, das war... Eieiei, wir sollten noch mal ein Medipack nehmen. Ähm. Ja, wir nehmen mal ein Medipack, dann... Das ging ja echt... Action reichlos. So. Was ich vorhin sagen wollte, wie gesagt, ich hatte die Folge schon mal aufgenommen. Problem war gewesen, ich hatte das Mikrofon der Playstation-Aufnahme auch an. Und gleichzeitig das hier, was ich hier benutze, was über den Rechner läuft, mit der Webcam. Also hatte ich zweimal meine Stimme und das konnte ich euch nicht zumuten, dass es so im Stereo ist. Deswegen nehm ich das Ganze jetzt noch mal auf. Aber zurück zum Spiel. Ich möchte ja nicht... Ich möchte ja nicht jetzt hier viel blubbeln über meine... ...Sohnen, die ich hier mache. Wir wollen uns hier über das Spiel unterhalten. Pittsburgh. Area steht da, glaube ich, drauf. Okay. Sie haben uns nicht gesehen. Da ist die Brücke. Wir sind jetzt näher dran. Glaube ich. Dann weiter so. Na komm. Das heißt, wir, ähm... Ich schaff den Sprung nicht. Wenn du mir rauf hilfst, kann ich das Brück bewegen. Ja. Ich möchte aber zuerst... Genau. Zuerst hier lang. Im Übrigen mittlerweile gibt es schon den obligatorischen Foto-Modus, den Naughty Dog ja angekündigt hat. Ähm. Den kann ich euch mal ganz kurz präsentieren, den es jetzt seit dem Patch gibt. Also man drückt auf die Optionstaste, geht auf Foto-Modus, aktiviert das Ganze. Und dann kann man mit L3 den Foto-Modus aktivieren. Das sieht so aus. Ähm. Jetzt muss ich kurz mal selber schauen. Ähm. Kamera. Ähm. Kamera. Genau. Da kann man die Kamera so bewegen. Und das sieht schon toll aus. Damit kann man echt tolle Bilder machen. ranfahren, ranfahren, wegfahren, sieht schon toll aus. Bei so richtig schönen Action-Szenen kann man da schon viel machen. Kann man hier so umkreisen. Man kann die Kamera kippen. Ähm. Kann man ein Sichtfeldgrad kann man machen. Zum Beispiel so total geil ran zoomen. Also super. Finde ich toll. Da gibt es die Tiefenschärfe, die man aktivieren kann. Ne. In der Breite auch und alles. Machen wir das mal wieder auf... Auf... Ähm. Moment. Da sind wir da... Hallo. Huch. Äh. Wie kann ich denn zurücksetzen? R3. Genau. Ähm. Gesichtfeld hatten wir. Farbfilter gibt es auch noch. Nichts. Schwarz-Weiß. Ganz schick edel. Äh. Western. Ähm. So. Königlich. Was macht der Königlich sein? Okay. In der Intensität. Dann kann man noch einstellen, wie stark das sein soll, den Filter. Vintage. Vintage. Sommer. Wasser. Sonnenuntergang. Sieht ein bisschen aus wie bei Blade. Als ob gerade Blade aufgeräumt hätte. Infiziert. Mh. Das ist natürlich auch ein schöner Farbfilter. Wenn man so richtig gegen so Klicker kämpft, kann man da tolle Fotos mitmachen. Das kann ich mir vorstellen. Winter gibt es noch. Nur. Neu. 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 Und nichts. So. Dann haben wir... Ähm. Rahmen. Schwarz. Ein bisschen. Weiß. Abgerundet. Okay. Klassische Bildröhre. Achso. Ist so ein bisschen so eine kleine Wölbung drin. Ihr seht es am Bildschirmrand. Rahmen. Okay. Auch nicht. Schlebt sich aus wie so ein Film dann. So ein bisschen. Und natürlich cool. Logo Balken. Neu. Atemberaubend. Geil. Schmutz haben wir dann auch noch. Da sieht es so ein bisschen dreckig aus am Rahmen. Dann haben wir dann... Ähm. Gerissene Ecken. Oh. Sofortfilm. Cool. Schnappschuss. Cool. Snapshot. Juhu. Ja. Das sind so... Oh. Herzchen mit Liebe. Liebe. Oh. Bestimmt kann man da auch so einen schönen Klicker mal einfangen mit. Das gibt bestimmt ein tolles Bild ab. So. Ähm. Schablone. Was ist denn Schablone? Ein. Aus. Ein. Aus. Größe. Achso. Da kann man P. Achso. Da kann man so ein bisschen so ein kleiner Fokus sowas aktivieren. Ähm. Körnig. Da kann man das Ganze noch so grisselig machen. So richtig so. Boah. Wow. Wie so eine Paranormal Activity Aufnahme. Helligkeit. Kann man das auch noch aktivieren. Ja. Dann sieht man es so ein bisschen besser jetzt auch. Äh. Ja. Und das war es dann auch schon. Und dann kann man wie gesagt hier so ein bisschen mitspielen. Das sieht toll aus. Gibt tolle Möglichkeiten. Werde ich mich mal mal ein bisschen mehr befassen. Aber nicht jetzt. L3 Ben. Foto muss Ben. Wir müssen natürlich im Optionsmenü das Ganze nochmal ausschalten. Weil sonst kriegen wir da tierische Probleme beim Spiel. So. Aber weiter geht's. Und jetzt habt ihr den Fotomodus mal auch gesehen. Wie der aussieht. Haben wir den Lappen. Den Lappen haben wir durch die Tür genommen. Okay. Den Lappen. Da kannst du den Lappen voll mal wegpacken. Dann nehm ich die Flasche. Und pack sie mir in die Tasche. So. Ich weiß dass wir hier lang müssen. Wie gesagt ich hatte die Passage schon zu einem gewissen Teil ja gespielt gehabt. Deswegen ist es für mich jetzt nichts Neues. In meinem Prinzip ist das ganze Spiel nichts für mich nichts Neues. Aber trotzdem ist es immer wieder aufregend das nochmal zu spielen. Ich glaube ich freue mich schon auf die. Auf den Schwierigkeitsgrad dann in der Let's Play Live Show. Die ich euch dann vorstellen möchte. Diesen Schwierigkeitsgrad. Weil das Video ausgestrahlt wird. Hier dieses hier dann. Ich glaube dann haben wir schon mittlerweile Mitte August. Wenn nicht sogar schon fast Ende August. Und ich hoffe ihr seid dann immer noch fleißig dabei zu gucken. Und ärgert euch nicht darüber. Dass es halt mit der Webcam nicht so ganz geklappt hat. In den ersten Folgen. So hier haben wir wieder was zu lesen. Ähm. Äh. Moment vergrößern. So. Heute Abend geht es los. Wir nehmen den östlichen Kontrollpunkt. Und ich habe ein paar Vorräte in den Regalapartments versteckt. Sie sind mit einem roten X markiert. Also. Ich weiß wie gesagt. Dass ähm. Wir. Ins Hotel gelangen. Als nächstes. Und da gibt es auch Apartments. Und ich habe bisher auch noch kein einziges rotes X gefunden. Vielleicht finden wir ja jetzt. Also. Also. Du. Du und ich. Finden da jetzt vielleicht zusammen gemeinsam ein. Ein rotes X. Hey. Da ist wieder eins. Äh. Von diesen. Warte hier. Haukt das was? Mal sehen wo das hinführt. Mal sehen wo das hinführt. So. Das weckt wieder schlimme Erinnerungen. Bei mir. Mal das ganze Spiel weg. Schlimme Erinnerungen. Ich habe eine ganz ganz schreckliche Erinnerung an dem Spiel. An das. An das Spiel. Denn ähm. Es gibt so einige. Was war das denn grad? Schräg auf. Wir gehen durchs Hotel. Einige Passagen die äh. Oh. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ja. Vorsicht Ellie. Ich bin fertig. So. Ellie wird währenddessen jetzt da oben hochklettern und uns das Brett hinlegen. Das können wir dann. Leg das Brett so hin wie die. Genau. Dann können wir nämlich da drüber klettern. Über den Truck kommen wir dann ins Hotel. So. Und ich weiß dass ich am Anfang ganz schön Scheiße gebaut hab im Hotel. Ich hoffe das mach ich in dieser Folge besser. In der neuen Aufnahme. So gut. Glaubst du die Hunter sind weg? Das werden wir sehen. Genau. Das werden wir sehen. So. Alles klar Ellie. Komm runter. Ah. Wow. Edel. War ein Hotel was für dich? Bevor alles scheiße war mein ich. Nein. Nein. Das war viel zu teuer. Wow. Das war bestimmt schön. So. Werden wir uns ein wenig mal umsehen. Weil hier gibt es jede Menge zu sammeln. Da ist eine. Nein. Ist zu hoch. Mal sehen was wir finden. Genau. Mal sehen was wir finden. Hier leuchtet eine Flasche. Achso. Okay. Das haben wir schon. Das ist voll. Ich vermisse Kaffee. Ja. Das. Möchte ich. Keinem zum. Also ich stelle mir das schrecklich vor. Wenn das wirklich sowas mal passieren würde. Oder. Wenn das passiert. Die Leute die da ums nackte Überleben kämpfen. Also das stelle ich mir echt schrecklich vor. In so einer Welt dann zu leben. Wo man jeden Tag ums Überleben kämpfen müsste. Ich meine wir Videospieler hätten da natürlich jede Menge Vorteile. Wir wissen wie Aliens reagieren. Wir wissen wie Zombies reagieren. Wir hätten da schon ganz schöne Vorzüge. So. Was haben wir hier? Oh. Hallo. Ich checke für eine Nacht ein. Und nehme Ihre beste Suite bitte. Was soll das denn? Natürlich. Bringen Sie sie doch bitte hinauf. Du bist echt ne Marke. Ops. Sie hat ihren Humor nicht verloren. Wie geil ist sie da drauf. So. Das haben wir. Das ist voll. Oh. Ein Save. Eine Kombination erforderlich. Das heißt wir sollten vielleicht mal uns ein wenig umsehen. Vielleicht finden wir ja die Kombination ja schon hier. Was ich stark bezweifle, denn ich hab sie in der Voraufnahme nicht gefunden. So. Der Elevator, der scheint nicht mehr zu funktionieren. Die Treppe werden wir auch nicht mehr benutzen können. Hinten war glaube ich die Leiter gewesen. Hm. Von Marke die vermeintliche Kombination. Wie hinten ist eine Leiter. Ja. Ja, ich hab die Leiter gesehen. Ich hab sie gesehen. Ich möchte trotzdem nochmal die vermeintliche Kombination. Das muss ja irgendwo in so einer Notiz stecken. Naja. Nehmen wir mal die Leiter. Vielleicht finden wir die Notiz auch in ein paar oberen Etagen. Und schon können wir da rauf. Hallo. Hallo. Tja. So. Nein. Hallo. Hallo. Wieso geht der denn die Leiter nicht hoch? Ach, ich hab sie auch total falsch platziert. Jetzt aber jetzt. Ja. Die muss ja jetzt richtig positioniert werden. Das muss auch mal einer sagen. Und jetzt doch. So. Ähm. Hier liegt nichts. Okay. Was ich jetzt irgendwie finden könnte. Gehen wir mal nach oben. Vielleicht. Da war auch kein Zettel irgendwie für die Kombination des Safes. Vorsichtig. Vielleicht sollten wir. Passt du mal mit auf. Oder passt ihr mal mit auf. Ne. Ob ich vielleicht hier doch den. Die roten Kreuze. Die hab ich noch im Hinterkopf. Und die Safe Kombination. Entschuldigung. Hau Mist. Runter. Runter. Wie viele sind das jetzt? Fünf diese Woche. Kein Grund sich zu beschweren. Ganz sicher nicht. Was ist das jetzt? Ich muss noch den Flur prüfen, Mann. Ist doch Quatsch. Wir wollen seit Wochen kein Klicker. Wir sind halt gründlich. Und wir bleiben auch gründlich. Also packen wir es an, ja? Okay, wie auch immer. Ich hab jetzt gerade verstanden, wie er gesagt hat, ich muss den Flur noch, äh, gründlich prüfen. Ich muss den Flur noch gründlich putzen. Na ja. Oh, da gibt es jede Menge zusammen. Den werden wir ganz schnell erledigen. Ganz schnell. So, zack, 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 zack. Wer geht denn schlafen? Und wir sollten hier sehr, sehr vorsichtig sein, denn ich hab am ersten Mal ein bisschen Kacke gebaut. Ich geh aber sehr, sehr schnell hier durch. Naja, die werden mit einer Essen-Klage. Nee, vielleicht ist eine Stunde, können wir mal ein bisschen essen. Okay. Die unterhalten sich gerade bei Essen. Alles klar. Ich hab noch Brottenfrüchte. Aber gerne, oder? Aber ich suche verzweifelt auch hier verdammt nochmal diese dämlichen Kreuze, die da in dieser Schrift standen und, äh, und, ähm, ja, wie gesagt, die Kombination für den Safe. Ich geh mal ganz schnell hier über, vielleicht finden wir hier was, denn meistens in den Toiletten, in Videospielen, finden wir doch immer die tollsten Sachen. Außer natürlich auch benutztes Klopapier. So, dann schauen wir mal so ein bisschen raus. Oh, da war, da war einer. Da war einer. Da lach links, lach was. Schauen wir mal. Das haben wir aber schon. Wie gesagt, ich traue mich ja nicht den Lauschmodus. Ich möchte ja nicht den Lauschmodus. Für mich ist das ja cheat. Oh, komm, 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 komm. Ja, 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 psst. Haben die anderen uns nicht gehört. Wir werden mal eben schnell die Nahkampfwaffe aufrüsten oder verbessern, verstärken und ein Medikit basteln. Ja, Ellie. Bin schon dabei. So. Nicht die Chokoriegel. Oh, 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 oh. Das ist praktisch. Das sollte nicht so, äh... Nicht so laufen, wie es... So sollte das nicht laufen. Ich versuche mich mal so um die Ecke zu lehnen. Oh... Wow! Achtung! Scheiße, Joel! Ups. Oh, der hat Munition liegen lassen. Hallo? Munition? Hallo? Okay, man muss weiter weg. Niemand ist jetzt damit. Ähm... Okay, wir können ihn noch nicht verbessern. Wir brauchen noch ein paar Klingen und sowas, um die... Um das... Rohr zu verbessern. Das Rohr. Jetzt werden wieder einige lachen. Er hat gesagt, das Rohr. Oh, oh, oh! Aua! 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 Geht's? Das ist fies. Das ist ganz fies. So. Trotzdem mal umsehen. Hier, da. Also noch Schere. Das ist ein... Ein, 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 ein. Uh. Aber das Rohr ist besser. Das Rohr! Das Rohr ist besser. Das Rohr ist viel, viel besser. Ich glaub, da geht's weiter. Ich möchte mich trotzdem noch mal hier ein wenig umsehen. Wenn wir schon einmal hier so aggressiv losgehen. Oh! Wo steckst du? Da liegt wieder was. Hier liegen auch wieder Lappen. Können wir was verbessern? Okay. Ich hab grad jemanden gehört, da sagte jemand... Wo steckst du? Das heißt also förmlich... Dass da noch jemand rumturnt. Im Flur wahrscheinlich. Im Flur irgendwo. Ich geb... Ach, da! Uhuhuhu! Ja, 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 ja! Komm her! Du kriegst ne Flasche vor'm Kopf! Du kriegst ne Flasche vor'm Kopf! Oder auch nicht! Oder so! Oder so! Ähm, werden wir doch mal hier in das Fenster reinsteigen. Vielleicht gibt's ja hier irgendwie was zum... Sammeln... Finden. Da ist ne Schublade. Oh, die Schublade... Liegt nicht drin. Da können wir rauf klettern. Ähm, das machen wir auch mal. Ich hab eigentlich... irgendwie... Dass es... Dass es hier eigentlich weitergeht. Aber irgendwie... Ich möchte nicht weitergehen. Weil ich doch, wie gesagt, dran denke, dass der Safe noch in der Lobby ist. Und wir immer noch auf der Suche sind auch nach den... Roten Kreuzen in den Apartments. Wie es ja in der Notiz stand. Da ist... Das ist voll. Und ich bin's auch. Ach, Ellie. Geh doch mal bitte an die Seite. Dankeschön. So. Okay. Ich hab Angst, dass wir dann in so einer... Script-Sequenz kommen, wo wir weiterkommen. Und ich dann nicht mehr zurückkomme zu dem Safe. Weil das ist mir schon wichtig, dass wir den Safe mal aufmachen. Oh. Schrecklich. Sie haben es sich leicht gemacht, hm? Kann man nicht sagen. Mr. Oka. Oder einen Jäger zu warten. Wo, wo, wo. Wo, wo, wo. Hallo, hallo. Wo. Was ist doch... Ups. Denen fehlen ein paar Arme. Sorry. Er ist so. Er ist so. Wo, wo. Wo, wo. Was? Was? Wo? Hey, wo. Ah. Ah. Oh. Alter. Geht's immer wieder oder was? Ich mach' aus die Erdbeermarmelade. Alter, wie geil ist das, ey? Da fliegen ja mal voll die Gedärme weg. Pah. Hat sich definitiv gelohnt. Ähm. Es scheint doch hier weiter zu gehen. Wie ich das jetzt richtig... Ah. Das ist, glaub' ich, die zweite Etage, wo wir durchs Treppen... Opala. Durchs Treppenhaus, äh, äh, auch gekommen wären, glaub' ich. So, ist denn hier noch irgendwie was? Ne. Aber die Flinte ist schon ne gute... Ist schon ne gute Wumme. Wer kennt sie nicht? Gott sei Dank, Mann. Gibt's ne Pumpgun. So. Gucken wir mal, dass wir jetzt hier... So Chanel wie möglich... Ich nehm' mal... Ich nehm' mal nichts mit. Was sind wir denn hier? Pacifica? Pacifica Sprite. Oh, ups. Das muss ich noch so... Jetzt muss ich noch... Jetzt hab' ich grade ne Marke gesagt. Jetzt muss ich noch sagen... Fanta... Coca-Cola... Bluna... Sinalko... Bluna... Ja, Bluna... Sinalko... Afri-Cola... Und wie sie alle heißen... Querbeet... Alles... Ist alles gut. Müsste alles trinken. Ja. Und nachher werde ich hier noch verklagt wegen Werbung gemacht oder so. So. So eine Dramatik. Ich... Bin immer noch am rätseln, wo wir diesen... Notiz finden... Für den Safe. Auf der Suche nach der Notiz... Für den Safe. Da sind... Werkzeugteile. Okay. Dazu sag' ich jetzt nichts. Der Kopf in der Schublade. Dann gibt's auch mal... Ein bisschen... Mamelade... So. Tabletten sind immer gut. Wir müssen mal schauen. Ja... Halbtempo... Mit 30 machen wir glaube ich als nächstes mal unsere Perk. Wenn wir unser Perk verbessern. Da möchte ich noch nicht lang gehen. Ich möchte erstmal... Das sieht nur so aus, ob's da weitergeht. Offiziell. Offiziell. Waren wir hier überall schon? Mann, ihr müsst doch irgendwo diese dämliche Notiz liegen. Diese dramatische Musik, warum? Was ist denn jetzt los? Und ihr seht auch, hab' ich ganz vergessen zu sagen, dass ich jetzt auch auf der anderen Seite zu sehen bin, weil ich jetzt auch in die andere Seite gucke. Weil dieses Webcam-Aufnahmeprogramm, was ich jetzt nutze, hat's genau andersrum gemacht. Oh, hier liegt ein Basebotschläger. Okay. Aber wir sind hier schon wieder in einem ganz anderen... Ich hab' mich irgendwie total verlaufen. Ich hab' grad schon wieder so ne Orientierung wie ne Weißbrotscheibe. Denn... Ach, hier ist jetzt der... Ah, jetzt weiß ich wo wir sind. Hier wär' jetzt der Treppenaufgang. Genau, hier. Hier wären wir hochgekommen. Also gibt's jetzt hier zwei Möglichkeiten, dort hochzukommen. Wir sind einmal durchs Loch geklettert und hätten jetzt auch hier hochgehen können. Ja... Das... Die Treppe hab' ich in der... Folge benutzt, die ich halt schon... Vorab mal aufgenommen hatte, um's zu testen. Wo ich vorhin erzählt hatte von... Ist jetzt mittlerweile schon... Naja... Fast gute 20 Minuten. Ja, wo's jetzt hinter... Ihr habt's wahrscheinlich schon mittlerweile vergessen. So... S-J-T-R... Oder T-P... T-P steht... T-P... P... P wie... Pullern. Hier brennt ein Fass. Und... Hier ist wieder der Pazifika-Automat. Da gibt's Coffee. Kann man gar nicht lesen, was da gibt an Coffee. Da geht's nach oben. Trotzdem mal hier alles ein bisschen untersuchen. Wie gesagt, ich suche immer noch diese... Diese verzweifelte, verkackte Drecksnotiz. Die muss doch irgendwo hier liegen. Und wie gesagt, rotes Kreuz hab' ich auch noch nicht gesehen. Also nicht das rote Kreuz, was auf der Straße rum... 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 rumfährt. Sondern an der Wende soll er angeblich hier mal sein, um ein Geheimversteck zu markieren. Hab' ich bisher aber noch nicht gefunden. Da liegt ein Backstein. Hier ist... Ich find's hier gerade ein bisschen gemütlich. Bin ich ganz ehrlich. Ich find's hier... Ich find's hier sehr, sehr gemütlich. Und... Ich finde, ihr solltet es euch auch gemütlich machen. Denn... Jetzt kommt ja bald die nächste Folge. Und... Da sehen wir uns dann demnächst wieder bei The Last of Us Remastered. Und... Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.